Musik Wir haben erkannt, dass die Region Trier ein guter Standort für Windkraftprojekte ist. In den Windkraftwerken der Stadtwerke Trier drehen die beeindruckenden Windräder unermüdlich ihre Runden. Der Windpark in Nussbaum ist ein Beispiel für Investitionen im Bereich Repowering. 18 kleine Windräder wurden dort durch 14 große Windräder ersetzt, mit mehr als doppelt so viel Leistung. Die Windanlagen können rechnerisch über 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Wir wissen, dass Wasser eine wichtige Energiequelle ist, auch in der Region Trier. Wasserkraft ist eine bewährte Technik und eine saubere Energiequelle. Allerdings ist das Potenzial in der Region weitgehend ausgeschöpft. Durch umfangreiche Sanierungsarbeiten des Wasserkraftwerks Kiltal hat SWT den Ertrag erheblich gesteigert. Rund 400 Musterhaushalte können rechnerisch mit regionalem Ökostrom aus der Fließkraft der Kiltal versorgt werden. Musik Wir haben verstanden, dass die Sonne unsere größte Energiequelle ist. SWT hat in Föhren eine der größten Solarfreiflächenanlagen in Rheinland-Pfalz gebaut. 112.000 Module ernten dort die Kraft der Sonne und erzeugen elektrische Energie für rund 2.500 Musterhaushalte. Das entspricht einer CO2-Ersparnis von ca. 5.600 Tonnen pro Jahr. Seit einigen Jahren investiert SWT vermehrt in den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region und treibt somit die regionale Energiewende voran. Das ist das Klimaschutzengagement Ihrer SWT. Uns ist bewusst, dass wir noch viel mehr für die Region tun können. SWT hat das Ziel, bis 2025 50% des in Trier benötigten Stroms in der Region selbst zu erzeugen. Wir denken heute schon an morgen. SWT hat das Ziel, bis 2025 50% des in Trier benötigten Stroms in der Region. Das ist das Ziel, bis 2025 50% des in Trier benötigten Stroms in der Region. Menschen, die wir über die Region, in der 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 Region. Vielen Dank.